Im neuen Cynic wurde auf optimale passive Sicherheit besonderen Wert gelegt. Wir erwarten 5 Sterne im Euro NCAP-Test 2016 zu erhalten. Beispielsweise wurden Stoßfänger, Motorhaube und Scheinwerfer so konstruiert, dass sie Fußgänger im Falle eines Aufpralls möglichst wenig verletzen. Fahrer und Beifahrer werden von zwei Front-Airbags, zwei Thorax-Seiten-Airbags sowie zwei Window-Bags geschützt. Selbstverständlich gehören Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern sowie Sicherheitskopfstützen dazu. Front-Passagiere sind durch Sicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzern und Window-Bags geschützt. Die beiden äußeren Sitze sind mit Isofix-Befestigungen ausgestattet.